Achso, ich kann mich selbst schießen. Okay, ähm, schießt mich mal in die Nähe von neben dort. Kann ich mich selbst schießen oder? Ja, ich kann mich selbst schießen. Ich kann mich steuern. Du auch. Schieß mal. Nice. Er hat zu. Sehr schön. Auch den letzten noch. Runter. Passt. Ich kann nicht runter. Ja, wenn es jetzt noch offen wäre. Ja, fast. Ja, komm. Okay, aber warte, bis es wieder offen ist. Moment. Fast. Nein. Du musst nur minimal höher zielen. Und. Ah, knapp daneben. Cool. Korrigier doch bitte einfach nicht. Nice. Siehst du, nicht berührt? Schon läuft es. Und das nächste. Hier. Schießt mich. Ja, das war blöd. Moment. Dreht er sich nochmal oder? Nein, tut er nicht. Okay, ich hab die Mommel. Okay, ich hab die Mommel. Oh nein. Was? Ja, das war mir nix. Ich glaub, du musst, ich glaub, du musst ausbalancieren. Ach so, ja, ich muss hier. Oha. Oh nein. Verdammt. Oh Gott, das ist furchtbar. Das wird nix. Na komm, los. Fahr, 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 fahr. Nein. Ich muss irgendwie... Ich kann nicht zurückkommen. Steuern. Was? Oh. Ach so. Nach vorne, nach vorne. Nein. Und weiter. 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 Verdammt. Was tust du? Ja. Ja. Und ja. Und jetzt. So rüber hier. Nice. Geschafft. Ist doch mal ein Kampf. Es dauert, bis ich die Steuerung verstanden habe. Okay, ich hab hier so ein Trapez. Ich geh erstmal rüber. Ich hab hier einen Knopf. Oh, ich glaub wir müssen die Kugel rüberbringen und so. Ja, wir müssen die übergeben. Warte. Ich hab die Kugel. Und... Nein. Du erwartest mich, dass das so schwingt? Du probierst es wieder. Ich hab die Kugel. Na komm. Wir müssen irgendwie gleichzeitig schwingen. Das war ja schon nicht schlecht. Moment, dann passen wir uns an. Und warte, 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 warte. Ich schwinge aus. Und jetzt nach hinten. Nach vorne. Nach hinten. Nach vorne. Ja, genau so. Und... Fangen. Fangen. Nein. Du musst fangen. Und nach hinten. Ja. Nach vorne. Sehr schön. Und... Und ich werf's. Fang. Nice. Und rein dort in den Kugel... Nee, Trichter. Ich schwinge und... Sehr schön. Ich muss tatsächlich über die Ballons. Ich glaub ich muss über die Ballons mit der Kugel. Nee, glaub ich nicht. Jetzt zum Slingshot. Doch. Achso, über die dort. Was? Was? Ist ein Ballon geplatzt. Ja. Ist jemand da, hat Scheiben... schießen. Ich bin schon drüben. Ich warte hier auf dich. Das ist wie bei Squid Game dieses Glasbrückenspiel. Um mal den viel zu späten Hype mitzunehmen. Ja. Sehr schön. Und die Brücke ist unten. Wir haben erfolgreich noch ein Spielzeug getötet. Was heißt noch eins? Ach, den Kraken haben wir schon. So, auf geht's. Ich glaub hier kann man her, oder? Nee. Achso, da müssen wir... Dresine fahren. Auf geht's. Drück doch mal E. Ich drück wie verrückt. Ja, drück doch mal E. Ich drücke. Drück. Ich drücke. Drück. Ich drücke. Drück endlich. Ich mach nichts anderes. Ich auch nicht. Ja, toll. Cody, die Tracks sind endet. Oh nein! Ich habe vergessen. Ich habe nie zuerst die Strecke... 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 Naah. Okay, dann können wir nichts antun. Oh, hier können wir Dart schießen. Diese Stickdinger. Nicht Dart, sondern dieser... Drücke den Vogel, um ihn zum Singen zu bringen. Aha. Was genau? Ich weiß es nicht. Was müssen wir drücken? Ich glaube, das sehen wir gleich. Äh. Ja. Achso, wir verlieren da mal wieder ein Pool, wenn wir. Na toll. Ja. Nee. Rhythmus spielen und Musik spielen bin ich ganz schlecht. Nein, 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 nein. Wie habe ich 21? 21,0. Ich habe am Ende einfach nur mit einem Tasten gedrückt und gehofft, dass es irgendetwas bringt. Es war 21,0. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Oh, eine Eisenbahn. Tchuf, tchuf. Keine Zeit für Entgleisungen. Ach, ich denke, ich werde jetzt die Mayflower holen. Tchuf, tchuf. Okay, ich gucke in der Zwischenzeit, was es sonst so gibt. Hier gibt es Kanonen. Ja, oder? Ah, hier müssen wir hin. Kuh, raus hier, raus hier. Oh, Kuchen. Ich habe Kuchen gefunden. Du musst hier hochkommen. Ich habe Kuchen gefunden. Oh, ich muss mich schießen. Nice. Ich latsche einen Kuchen kaputt. Cool, wir können es schießen. Wir können es da oben hinschießen. Oh, du bist dir übel. Der schöne Geburtstagskuchen für unsere Tochter. Keine Sorge, denn er ist nur du gebacken. Das schmeckt mein Arsch besser. Ich habe Ritter befreit. Äh, nicht. Oh. Oh. Ich mache schon. Ich glaube, den können wir nicht befreien. Oh, komm, komm. Oh, nein. Das ist ein endloses Spiel. Das ist der Zug. Ich bin im Anhänger. Komm mal mit auf den Zug. Nein, ich will mich hier umgucken. Wir können Darts spielen, wenn wir da oben sind. Wir sind die Dart-Pfeile. Ich habe mir komplett kaputt gelatscht. Wir können die Dart-Pfeile sein. Hier. Ja, machen wir gleich. Ich will aber erstmal hier gucken, was es sonst so gibt. Mittig, 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 mittig. Und... Ha! 500 Punkte. Guck mal, Maudi. Ja, ich komme hoch. Oh, Ballons. Du müsstest irgendwo der Zug sagen. Ja, ich will die Ballons kaputt. Moment. Aber das ist ja so dieses Ding, wo du die Züge und den Strom für die Schienen anmachst. Ja. Okay. Bei uns im Haus gibt es aber nur Starkstrom dafür. Oh, da ist der Zug. Was? Ich bin im Zug. Schuf, schuf. Mit dem Lokführer. Wo bleibt denn der Zug wieder? Der Verspätung. Kommt die Deutsche Bahn schon wieder zu spät? Da lege ich mich gleich auf die Schienen. Warte, kommt's ab. Komm schon. Ich warte schon fast zwei Jahre. Ich bin schon am Ziel. Ich fahre noch eine Runde. Ich hole dich ab. Ah, da bist du. Aufspringen. Wir fahren noch eine komplette Runde. Du bist auf zwei Meter laufen können. Dann wärst du da. Egal. Ich liebe Trades. Wow. Es ist großartig, um deine Arbeit zu sehen. Auch wenn du bestimmt nicht gewollt. Doch, ist es. Glaub mir. Oh. Oh. Ich steig hier aus. Ne. Komm mit. Wir können mit oben da spielen. Guck was es hier so gibt. Der Zug fehlt weiter. Ja toll. Hier gibt's Lampen. Jetzt komm mal mit hier. Aber Lampen. Ich sehe das von vorne. Wasserfarben. Gibt's doch super viel. Oh, ein Tunnel. Truth, truth. Hier gibt's eine Treppe noch? Nächster Halt. Dart Pfeile. Das sind die, wir sind die Pfeile. Es gibt auch Riesenjenga. Wir spielen da ein Riesenjenga, oder? Oh, ja. Da können wir hin. Kann man's wirklich spielen, oder? Wir können überall hin. Natürlich. Nice. Ich geh davon aus zumindest. Oder wir können's kaputt machen. Eins und zwei. So, hier sind wir jetzt oben bei den... Jetzt aussteigen. Erstmal Dart. Ich hoffe, wir triggern damit nicht irgendwie, dass wir weitergehen. Bestimmt nicht. Ich bin schon zweimal gesprungen. Und zack. Nice. Ah. Wir schaffen beide die 500, oder? Ja. Was ist dieses Fugel-Dings? Was ist dieses Fugel-Dings? Oh, das... Ja! Na, das war zu hoch. Ich hab's geschafft. Also fast. Ich hab's geschafft. So ein ganz kleines Stückchen höher, dann liegt's exakt mittig. Ich bin beim Jenga. Moment. Damit kann man exakt nix machen. Ha! Sieh dir das an! Applaus. Mit dem Jenga kann man absolut nix machen. Das ist... Ja, ich komm gleich. Moment. Wahrscheinlich müssen wir eh zu zweit sein. Da ist nix. Das Jenga bringt nix. Kannst gerne hingehen. Ich will das jetzt kaputt machen. Das bringt nix. Das bringt nix. Das bringt nix. Ach ja? Das hat's kaputt gemacht. Ich hab's kaputt gemacht. Ich hab's kaputt gemacht. Ich hab gesagt, damit geht irgendwas. Leuten den Spaß ruinieren. Das kann ich. Nice. Ja, hab ich auch gerade geschafft. Hast du das gesehen? Schieß dich mal auf mich. Kann ich versuchen. Ist ja noch justiert. Du musst dir eigentlich nur... Ah. Sehr schön. Ich stecke in dir. Ach, hat man einen Ticker. Oh mein Gott, das sieht... Wie das aussieht. Hören sich hier... Alter. Oh mein Gott. Das Spiel wird nicht besser. Ja. Oh, das ist die Ersenbahn. Oh, Kamera wechseln. Oh, oh, oh. Ich bin... Ego Perspektive. Jenga. Nice. Oh, ich hab die... Ich hab die Zugführerkamera. Ich kann hier... Ich bin der Zug. Ich lauf jetzt... Ich lauf jetzt die Strecke ab, damit ich... Leg dich auf die Schienen. Mal sehen, ob du stirbst. Äh, höchstwahrscheinlich, aber... Ich will jetzt gucken, was... Jenga. Ey. Noch mehr Jenga. Nice. Ich will jeden Turm. Da ist noch ein Turm. Ein ganz großer. Oh, ich kann hier rüber. Ich kann hier rüber sliden. So, und hier gibt's Wasserfarben. Rose hat ihr Pfeifen raus. Schau mal. Warte, ich kann nicht hoch. Kommst du mal eben? Warte, ich hab mir grad einen Jenga-Turm. Mach ihn kaputt. Ich weiß bis nicht, wie ich hochkomme. Wie kann ich die kaputt machen? Wahrscheinlich gar nicht. So, die großen. Ja, die großen wahrscheinlich nicht. Wie hast du deine umgekippt? Und welche Taste? Äh, ich hab die kleinen gemacht. Ja, wie hast du die kleinen kaputt gemacht? Mit Shift. Nee, mir geht nix. Oh, aber ich kann hoch. Irgendwie hab ich es geschafft, hochzukommen. Ah ja, hier. Hier ist noch ein kleines Ding. Nice. Wo bist du jetzt? Ah, da bist du. Seh mich an. Ich meine Grau. Farbenmischung. Blau. Schwarz. Kannst du mich einfärben? Geh mal auf die Tube und spritz mich. Ach, Noll, hier. Nice. Kannst du den Farben malen. Warte, ähm, ich nehm Lila. Ich will noch ein bisschen blau aufs Bild haben. Ich hab Lila. Schwarz. Du machst mir meine schöne Spirale kaputt. Erkennst du ja auch wieder irgendwas? Ein bisschen. So. Ich hab gerade irgendwie einen Penis gemalt. Oh nein. Oh nein. Grün. Was? Ich bin Papier. Oh schön. Warte, ich kann mal... Wollen wir mal irgendwas tatsächliches malen? Ach. Oh verdammt. Und zwar abgesehen von der Banane. Au. Oh. Ich bin Papier. Lass mich klinken. Kannst mich irgendwie aufheben? Ne, kannst du nicht. Ich kann es nicht. Ich bin Papier. Lass mich klinken. Kannst mich irgendwie aufheben? Ich bin Papier. Oh, ich hab Grünes an den Füßen. Sehr schön. Dann kannst dich wieder da überraschen. Ich weiß. Ich hätte da noch ein bisschen Schwarz gehabt hier. Oh. Viel Schwarz. Oh, das ist jetzt braun. Oh nein. Oh, warte, warte, warte! Nein! Oh. Ja, man kann auf jeden Fall halbwegs malen. Haben wir das auch gemacht? Ach so. Guck mal, ein Herz. Verkrüppeltes Herz, aber ja. Ich geh lieber trommeln. Ein schwarzes Herz. Oh, hier ist grau. Ich kann hier mit grau noch malen. Ja, hübsch. Okay, was gibt's denn hier sonst noch Lustiges? Mich in Papierform. Nein, das ist nicht lustig. Das ist einfach nur beängstigend. Oh, hier gibt's irgendwas. Eine Rakete. Wollen wir die Rakete starten? Wo bist du? Hier unten. Warte, ich komme. Da geht sie. Aha. Ich glaube, wir müssen dorthin zum Schloss dort oben. Ja, natürlich müssen wir das. Aber wir können doch auch ein bisschen Scheiß hier machen. Dafür ist es doch da. Oh, ich bin auf den Schienen. Ich bin auf dem Zug entgegen. Ich bin tot. Ich will auf jeden Fall noch die Ballons kaputt machen. Mach das. Verdammt. Sei der Zug. Was denn? Sei lieber der Kran und gewinn einen billigen Plüsch-Teddybär. Mach's wie Thaddeus. Du hast in deinem Leben eindeutig viel zu wenig Spongebob gesehen. Cool. 140. Nein. Zweig und Modi haben Spaß im Spielzimmer. Oh, ja hier. Oh, ich bin tot. Der Zug kann nicht überfahren. Leg dich mal auf die Schienen vor das. Ich mach den Zug jetzt schnell. Weil ich glaube wir haben alles gesehen. Das geht. Oder ist ein Ballon? Oh nein. Oh. Kannst dranhängen. Oder nicht. Nein, aber jetzt kann man überall rüber. Jetzt kann ich endlich über die Ballons. Ne. Doch, wenn du es richtig timest. Wenn du es richtig timest mit dem Elektrischen. Moment, ich geh erstmal auf die... Öh. Erstmal auf den. Dann auf den. Da ist grad ein blauer. Kommt ein neuer? Ja, ein grüner kommt grad. Das ist ein gelber. Ne, grün. Ist relativ grün. Bist du farbenblind? Kann das sein? Ne. Bist du farbenblind? Das hier ist ein grün, auf dem ich blind bin. Das hier ist ein grün, auf dem ich blind bin. Die weiß ich bald gleich. Du bist halt durchfadenblind. Ne. Es kommt ein roter. Guck mal. Guck mal. Jetzt kommt bei mir ein grüner. Ein knallroter. Ein knallroter. Ein knallroter. Ein knallroter. Ein knallroter wie die talle daneben. Das hier ist. So, wollen wir mal weitermachen oder? Ich hab keine Ahnung wie es weitergeht. Ich auch nicht. Aber wir müssen zu diesem Schlossding. Ich glaub wir müssen den Kran nutzen. Den Kran müssen wir aktivieren dort oben auf dem Dach und dann. Ich weiß nicht sogar wie wir hochkommen. Im Licht erkennt wahrscheinlich. Ja, Moment. Ich muss jetzt noch auf die Trommel. Oh. Oh. Hey. Komm. Ja. Und dann komm ich hier hin. Und ich bin beim Kran. Äh. Wie komm ich da hoch? Ach so. Hier. Über die Schiene. Ach so. Hier. Sehr schön. Äh. Ja. Einmal nochmal zurück. Oh. Ich kann den Jenga-Tum gleich kaputt machen. Oh mein Gott. Was. Ich kann das hier. Ja. Lass es runter. Lass es auf die Bollingkugel. Bollingkugel. Jetzt werden Jenga-Türme kaputt gemacht. Na komm. Jenga-Turm. Nach links. Links. Nice. Ja man. Und jetzt müssen wir das Portal einrahmen. Jetzt hier. Ah. Ja. Lass mal runter die Kugel. runter die Kugel. Und schwingen. Zurück. Nach vorne. Zurück. Nach vorne. Und. Na komm. Jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Wir klopfen an die Tür. Wir sind noch nicht stark genug. Ich glaube wir müssen es weiter runter lassen. Ja. Bestimmt. Schwingen. Oder weiter hoch. Versuchen wir es mal so. Na komm. Er ist oft genau derselben höher. wie vorher. Jetzt. Na komm. Komme dran. Toll. Es geht einfach weiter runter. runter. Wieder Zeit. Ich glaube wir müssen einfach. Ja. Und schwingen. Wir müssen einfach synchron. Hinter. Vorne. Hinten. Vorne. Bis zum nächsten Mal. Amen.